Zu einer der ersten bekannten figürlichen Darstellungen des Menschen zählt die Venus vom Hohle Fels. Die etwa 6 cm kleine Skulptur ist ca. 40.000 Jahre alt. Homo sapiens verewigte aber auch Pferd, Wasservogel und Mammut in Kunstwerken. Die Skulpturen aus Mammut-Elfenbein erzählen von der vorzeitlichen Tierwelt in Deutschland. Alle Skulpturen stammen aus Höhlen auf der Schwäbischen Alb, der Hochburg der Ice Age Kunst. Die berühmte Venus von Willendorf ist nur etwa 10.000 Jahre jünger. Viele Forscher glauben, dass es sich bei ihr um ein Fruchtbarkeitssymbol handelt. Während der letzten Kaltzeit kamen kleine Venusfiguren offenbar in Mode. Überall in Europa wurden sie gefunden. Vielleicht verehrten die Menschen damit Muttergottheiten, die verantwortlich waren für Wachstum und Fortpflanzung.